Die Leute fragen mich immer wieder, wie sie denn am besten ihre Gehirnleistung verbessern können. Das werden wir heute klären. Hierzu gibt es mehrere Möglichkeiten, doch eine der am schnellsten, wirksamsten und beeindruckendsten möchte ich dir am folgenden erklären. Um deine Gehirnleistung zu steigern, ist das Training des Arbeitsgedächtnisses von immens entscheidender Rolle. Das Arbeitsgedächtnis ist vom Funktionellen her betrachtet ein Teil unseres Erinnerungsvermögens. Man kann es, wenn man möchte, vielleicht ein bisschen wie mit dem Arbeitsspeicher beim Computer betrachten. Das Arbeitsgedächtnis beinhaltet all jene Informationen, die wir im Moment benötigen und auch benutzen. Aber man sollte es dabei nicht mit dem Kurzzeitgedächtnis verwechseln, denn das Arbeitsgedächtnis kann nämlich die Informationen kurzzeitig speichern und auch gleichzeitig manipulieren. Das heißt, wenn ich dir die Zahl 5, 9, 7 sage und du dir die Zahl merken sollst, dann ist das ein klarer Fall für das Kurzzeitgedächtnis. Wenn du die Zahlen aber dann auch noch der Größe nach ordnen sollst, dann ist das ein Fall für das Arbeitsgedächtnis. Das heißt, aus 5, 9, 7 wird dann 5, 7, 9. Das Arbeitsgedächtnis beansprucht auch andere Bereiche des präfrontalen Cortex als das Kurzzeitgedächtnis. So habe ich zum Beispiel während der Arbeit mit Patientinnen und Patienten bemerkt, dass das Arbeitsgedächtnis recht empfindlich ist und schnell darunter leidet, wenn etwas mit dem Gehirn oder der Gesundheit im Allgemeinen nicht in Ordnung ist. Wenn du zum Beispiel ein Buch liest, benötigst du dein Arbeitsgedächtnis, um einen Satz inhaltlich zu verstehen, da du dich ja noch an den Anfang des Satzes erinnern musst, um den ganzen Sinn zu erfassen. Deine Basisfähigkeiten wie Rechen, Lesen und Schreiben bauen darauf auf. So ist es auch ein höchst wichtiger Bestandteil beim Planen von Handlungen. Ich glaube, man merkt mittlerweile recht stark, wie entscheidend denn nun unser Arbeitsgedächtnis ist. Aber du wirst dich nun schon bestimmt fragen, wie trainiere ich denn nun am besten mein Arbeitsgedächtnis, damit ich besser denken kann. Mit der sogenannten N-Pack-Aufgabe. Es gibt dazu zahlreiche Studien, die die Wirksamkeit dieser Aufgabe bestätigen. Bei der N-Pack-Aufgabe, N steht dabei für eine mögliche Zahl, also für unser Beispiel, zum Beispiel 2. Dann wird es die 2-Pack-Aufgabe. Du musst dich also daran erinnern, was 2 Schritte davor angezeigt wurde und auch darauf reagieren, wenn es zum Beispiel mit der aktuellen Zahl übereinstimmt. Hier ein praktisches Beispiel. Ich zähle nun eine Zahlenreihe auf und Kang muss reagieren, wenn die vorletzte Zahl mit der aktuellen übereinstimmt. 5, 6, 8, 9, 8, 2, 4, 3, 6, 3, 5, 4, 1, 5, 1. Und wie ihr gemerkt habt, er hat immer bei der vorletzten Zahl, wenn die übereinstimmt hat, mit der aktuellen Zahl geklatscht. Das heißt, sein Arbeitsgedächtnis musste ständig die Zahlenreihen updaten und dann bei einem richtigen Stimulus reagieren. Natürlich kann man das Ganze auch mit semantischen Kategorien machen, wenn man möchte. Also das heißt mit Wortklassen. Wenn wir zum Beispiel Tiere, Bäume oder andere Klassen haben, dann wird das Ganze noch etwas schwieriger. Also, bist du bereit? Okay, dann ist es nämlich etwas schwieriger. Tasse, Birke, Maus, Teller, Löwe, Ahorn, Tulpe, Tanne. Aber keine Sorge, du musst diese Übung nicht auf klassische Art und Weise machen, wenn du dazu keine Lust hast. Es gibt diesbezüglich zahlreiche Apps, die auch zum Teil kostenlos sind. Mache diese Übungen am besten täglich und du wirst schon bald einen deutlichen Unterschied bemerken. Natürlich gibt es zahlreiche Möglichkeiten, das Hirn zu trainieren. Aber wenn ich dir nur eine einzige Übung nennen müsste, dann wäre es die N-Back-Übung. Und wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du es likst, teilst oder einen Kommentar hier lässt. Und wenn du noch mehr darüber wissen möchtest, wie dein Gehirn funktioniert und du dich weiterentwickeln möchtest, hier haben wir ein paar Videos für dich verlinkt. Bis zum nächsten Mal.